Du weißt ja, dein Kirschgarten wird verkauft wegen der Schulden. Folgender Plan. Abholzen? Du verstehst es einfach nicht, Alex. Hier kommt der neue Gutsherr, der Besitzer des Kirschgartens. Ich kann das alles bezahlen, Meier. Macht dir keine Sorgen. Kommt schon, Leute, tanzt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020